Herzlich Willkommen bei Procreate Art Factory bei Kurz und Knackig. Also es geht ja um verschiedene Funktionen, die wir in dieser Serie immer wieder vorstellen. Heute geht es um ein ganz kleines Symbol auf unserer Oberfläche. Und zwar oben links seht ihr das rechte Symbol, der kleinen Symbolansammlung, nämlich ein Pfeil nach oben rechts, schräg rechts, der Markierungspfeil. Und dahinter verbirgt sich tatsächlich mehr als nur eine Markierungsfunktion, sondern es geht darum, dass wir relativ viel damit machen können. Und dem gehen wir jetzt mal auf die Spur. Ich fange mal an und setze einfach irgendeine ganz, ja, ganz simple Figur, also jetzt gar nichts, gar nichts Hochdramatisches mit einer einfachen Linie. Wir gehen vielleicht einfach mal in schwarz und irgendwas am Möbenhaftes. Das hat jetzt keine große, große Funktionäre, es geht nur darum, überhaupt zu verstehen, was sich hinter dieser ganzen Sache verbirgt. Also, wenn ich jetzt folgendes mache, ich aktiviere den kleinen Pfeil oben links, den Markierungspfeil, und jetzt passiert erstmal etwas ganz Typisches. Das Objekt, was ich gerade gesetzt habe, wird einmal komplett markiert. Und wir haben die Möglichkeiten, wenn wir unten im Menü, das sich daraufhin öffnet, das Feld gleichmäßig aktivieren, können wir das Element hin- und herschieben. Wir können es aber auch proportional entsprechend vergrößern und verkleinern. Und wir können an diesem kleinen grünen Steg mit dem grünen Punkt das Objekt auch drehen in einem Winkel, der uns an dieser Stelle behakt. Also das ist erstmal eine ganz wunderbare Funktion, vor allem, wenn wir mehrere Objekte haben und die auch zueinander entsprechend ordnen möchten. So, wir haben aber noch weitaus mehr Funktionen. Wir haben unten zum Beispiel horizontal und vertikal spiegeln. Also wenn ich hier draufklicke, kann ich die Sache nachherzenslos spiegeln. Und spannend wird es dann auch, wenn ich jetzt beispielsweise noch eine Ebene öffte, auf der sich genau dasselbe befindet und ich dann spiegle. Dann habe ich plötzlich ein Objekt, was eine entsprechende Symmetrie besitzt. Sieht fast aus wie so ein kleiner hüpfender Frosch im Moment. So, dann lassen wir das mal als Figur stehen, mit der wir jetzt weiter arbeiten. Ich packe mal alles auf eine Ebene, gehe wieder auf meinen Markierungspfeil und das ist jetzt unser Objekt der Begierde. So, jetzt haben wir rechts neben dem Wort gleichmäßig steht verzerren. Was wir hier machen können, wir können, wenn wir jetzt entsprechend uns an diesen Punkten, also die Punkte entsprechend versuchen, die Außenpunkte hin und her zu bewegen, können wir dieses Objekt sehr, sehr stark verändern, aber das Objekt in seiner Form bleibt grundlegend erhalten. Also wenn ich jetzt nur an den mittleren Seitenbegrenzungen arbeite, dann kann ich es in verschiedener Art und Weise verzerren. Wenn ich die Ecken nehme, dann ist diese Verzerrung sehr viel größer. Das kann ich mit allem anderen natürlich auch machen. Wenn ich jetzt ein Foto habe, funktioniert das ganz genauso. So, das heißt, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Hauptsache, ihr habt die Funktion erst mal abgespeichert. So, und dann haben wir daneben noch eine Funktion, die heißt verformen und die ist noch mal ein bisschen aufregender, weil wir hier wirklich bis ins Kleinste Sachen verändern können. Wir können wirklich Sachen verschieben, anpassen, fast plötzlich räumlich machen. Und wenn wir jetzt zusätzlich noch auf das erweiterte Gitter gehen hier unten, dann haben wir sogar noch mal mehr Punkte, an denen wir auch sehr vorsichtig ziehen können. Das heißt, auch auf dem Punkt genau feine Veränderungen hervorrufen können. So, und damit entstehen A, wenn wir uns jetzt relativ frei bewegen in einem künstlerischen Werk, was wir gerade machen, können wir uns halt einfach sehr vielfältig, sehr komplex bewegen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Sache ist die, dass wenn wir jetzt auch realistisch arbeiten, also angenommen, wir haben jetzt, nehmen wir mal eine ganz absurde Situation, wir haben zwei verschiedene Bildelemente, wir haben eine Tasse und wir haben einen Schlumpf und diesen Schlumpf wollen wir auf dieser Tasse platzieren. Dann sitzt er wahrscheinlich erst mal irgendwie ein bisschen kantig da. Jetzt können wir den Schlumpf aber markieren und das verformen hier unten antickern. Wir können eben die Hände ein bisschen verlängern, also so, dass das alles ganz genau passt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Material oder eine ganz schöne Funktion. Und wie ihr seht, haben wir jetzt eben auch eine Figur aus dieser Amöbe geschaffen, die auch schon eine gewisse Eigenwilligkeit besitzt. Also man kann tatsächlich auch sehr gestalterisch damit umgehen. So, wir können dann hier auch noch mal hier unten noch mal um 45 Grad drehen, wenn wir das möchten. Wir können, wenn ich jetzt alles noch mal wieder zurücksetze, wir kommen wieder zu unserem Frosch, hier unten noch mal an Bildschirm anpassen, klicken. Dann wird das Objekt ganz genau an der Fläche des Bildschirms, des Papiers ausgerichtet. Und ja, und das sind im Grunde genommen die Funktionen, die sich hinter diesem Markierungspfeil oben verbergen. Mehr, also es sind ein paar kleinere Sachen noch dabei, die ich persönlich nicht so wichtig finde. Aber wenn ihr damit mehr spielen wollt, also auch künstlerisch noch mal spielen möchtet, könnt ihr Folgendes machen. Ich mache das Ganze jetzt noch mal wieder ein bisschen kleiner. Ich gehe auf die Ebenenliste und ich mache es mal so, dass ich diese Ebene, die ich jetzt habe, einfach viermal dupliziere, indem ich den Stift über die Ebene ziehe und dann auf Duplizieren klicke. Und jetzt gehe ich auf eine Ebene. Ich nehme mal die unterste zuerst. Ich gehe auf meinen kleinen Markierungspfeil. Ich gehe zum Beispiel auf Verformen und siehe da, ich verforme scheinbar das komplette Objekt. Ich tue es aber eigentlich nicht, weil die anderen ja noch drunter liegen. So, wenn ich jetzt eine andere Farbe anklicke, für das Objekt, was da drunter ist, zum Beispiel ein Rot. Ja, dazu müssen wir erst auf die richtige Ebene gehen. So, dann färben wir das Objekt, was oben drauf ist rot und das, was ihr unten verformt habt, ist dementsprechend schwarz. So, jetzt nehmen wir das nächste heraus, die nächste Ebene. Auch die verformen wir einfach wieder. Also Markierungspfeil. Verformen ist aktiviert. Schieben wir auch ein bisschen heraus. Machen damit ein neues Objekt. Und auch da bauen wir einfach eine neue Farbe wieder mit ein. Und siehe da, so können wir peu à peu eine Arbeit entwickeln, ausgehend aus dieser ersten Figur, die tatsächlich das ganze Blatt irgendwann bestimmt. Und indem wir immer wieder eine Farbe nehmen, die unseres Erachtens dazu passt, dazu funktioniert, können wir natürlich auch eine entsprechend farbliche Ästhetik schaffen. Ja, so. Das soll als Erklärung auch erstmal reichen. Probiert es unbedingt aus. Das ist eine sehr schöne, eine sehr wichtige Funktion. Und die können wir wirklich einsetzen bei einzelnen Objekten, bei Flächen, bei allem Möglichen, bei Fotos. Und das ist eben so eine Funktion, mit der wir auch im Kleinen ganz, ganz viel spielen können. Da haben wir ganz viel Spaß, viel Freude und wenn ihr andere Funktionen sucht, guckt doch einfach mal nach, ob es da vielleicht schon Video zu gibt. Ja? Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wir am Folgesonntag, am nächsten Sonntag das nächste Video für euch freischalten.